Ah ja, ist nervig. Verdammt, ey. Ich bin fest. Brauche ich einen Moon? Brauche ich einen Moon? Ist eine große Frage. Wahrscheinlich immer Moon. Stärke pushen müssen. Jetzt hat er wieder, oh mein Gott, ne. Bisschen Glück. Ja, gut. Äh, nochmal. Das wird jetzt ein paar Mal dauern. Müssen wir schon weiter. Und woanders dahin. Über die Kratzer, bis hierher wissen, wo ich hin muss. Hier ist noch schlimmer. Hier aus. Müssen ausprobieren, wie wir am besten dahin kommen. Wird schon. Wird schon. Irgendwie schon. Wird schon. Irgendwie schon. . Widerspruch. 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 H 2020 7. Wins Eight��. Mauer als heut, was ich erwischt. Dimmense vật auch Rast von Vitamin for Meisteriaus. Aber dort incor crisis ist es comercial. Ja, da war die Richtung. Eipix. Das war dann Nein. Ja, ganz praktisch, die Ernährungsdinger. Kommt, diskutiert nicht, bewegt euch. Ich will mir sonst immer in den Kämpfen. Soll ich auf den Kämpfen. Ist das gut? Ich finde die Schmerzen, die ich so gut bin, das war. Gut geht's. Boah, was ist das denn ein 61er-Pupon-Anerch? Was war nach da hinten? Um, was war nach Anerch? Oh, wow. Was ist das denn? Ich bin unser Wunsch. Oh, was war ja... Wir sind noch nicht. beim leveln rumgekommen da hinkommen ja ist er schon wieder ja 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 Das ist gut. Wow, das ist wirklich ein Mix. Und jetzt kommt das mal. Richtig! Dich für dich! Danke! Das ist doch ein... Achtung! Ich bin deshalb. Es ist so gleich gelaufen, ne? Wir werden da lang. Ah, da sind die Kassen. Die Dämonen sind alle wieder da. Bis zum nächsten Mal. Musik Das war's für heute! Das ist aber auch schon wieder einer. Ah, ein Mist-Pieh. Alter. Wo sind denn die Zone da? Oh Gott, noch so eins. Was, was... Ah... Was, was... 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 Ich glaube, ich muss dahinter noch nie. Ausgase! Doch. Oh, ich bin schwindelig. Ah, den Eingang erreicht hier. Ja, hast du da rein hier. Bitte Dankeschön. Gott sei Dank. Das war ein Streit. In die Ecke habe ich auch gelevelt, aber da muss ich noch übeler bleiben. Da kann man immer beide fliegen und fliege auch noch. Na ja gut, jetzt haben wir es geschafft. Was soll da runter? Eure Ernst? Da sterbe ich doch. Okay. Ich glaube, ich bin ein Zeug. Ich bin ein Zeug. Ich bin ein Zeug. Ich bin ein Zeug. Gott sei Dank, ich bin kein Feuchrad. Gott sei Dank. Ja, praktisch so viel Munition, ne? Für jemanden, der so schlecht im Schießen ist wie ich, ist das echt praktisch. Ja, keine Kiste. Schauen wir mal, wie schwer das Dungeon wird, also doch neue Bosse, nicht die alten. Jetzt sind die erste Angelegenheit, als müssten wir die alten Bosse nochmal machen. Also, der wir auch hier entfernen wollen, weil wir die große Entschuldigung machen. Und das ist schon so, dass wir die, die Ähnliche Befumpte reden wollen. Frankly, das ist es wirklich, dass wir die Einschränkungen machen. Das wäre auch kein Problem, wenn man die Schleunigung gibt. Und das ist die Schleunigung. Ihr habt eine Schleunigung, die die Schleunigung Ethereum serviert. Und das ist auch das Schleunigung. Ich habe auch das Schleunigung. Das war's für heute. Ah, ich bin hier. Ah, ich bin hier. Ja, ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Wer speichert? Wie ist denn? Mehrzweck-Sensor. Gesamt. Oh, ich bin hier. 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 Das ist ein Schatz. Ich bin hier. Das ist es so schön. Ich bin hier. Was ist hier. Ja, das ist gut. Was ist das? Das ist ein Volker. Sehr gut. Volker-Mörder. Völker-Mörder. So, ein Special Boss. Dann komm mal her. Der bleibt da unten. Damage. Sehr gut. Das war eine Erdbein. Ich habe mich aufgeschrieben. Das ist toll. Das ist eine Erdbein. Das ist eine Erdbein. Das ist ein Erdbein. Das ist ein Erdbein. Der steckt aber nicht los weg. Der steckt aber nicht los. Was ist das? Ich bin nur gelaufen. Gott, ich muss für die Waffe ständig mal nichts hochladen. Ja gut, dann ist er nur was blaues vor allem. Naja. Hm. Sehr gut. Alter, dann gehts los. Ich glaube, ich hör mich mal laufen. Was ist denn hier? Da ist auch nichts. Was ist das? Oh. Hahaha. Oh. 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 Oh, Dinger. Oh. 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 Oh.